So, damit Herzlich Willkommen zum neuen Video. Schön, dass ihr seid im Modul der Wirtschaftsinformatik. Ja, im letzten Video haben wir uns das Geschäftsprozessmanagement angesehen. Schaut euch die entsprechenden Inhalte gerne auf unserem Channel in der Playlist Wirtschaftsinformatik dazu an. Dann der Verweis auf unsere Webseite, denn dort findet ihr einen Fragenkatalog mit den Themen, die wir hier auch im Modul der Wirtschaftsinformatik behandeln. Ein Geschäftsprozess ist eine funktions- und organisationsübergreifende Verknüpfung wertschöpfender Aktivitäten, die von Kunden erwartete Leistungen erzeugen und die aus der Geschäftsstrategie abgeleitet sind. Ja, die Begriffe wie Geschäftsprozess, der Prozessbegriff im Allgemeinen oder auch Wertschöpfung oder auch was ist eine Strategie, sollte ihr im Vorwege geklärt haben. Heute geht es um die Rollen im Geschäftsprozessmanagement. Wir differenzieren hier einmal zwischen der Einführung und der Durchführung. Bei der Einführung haben wir drei Rollen, bei der Durchführung vier Rollen. Ja, die Abkürzung für das Geschäftsprozessmanagement habe ich jetzt hier auch mal aufgeführt und zwar GPM für Geschäftsprozessmanagement. Wir beginnen als erstes mit den Rollen im Geschäftsprozessmanagement bei Einführung. Ich nenne sie im ersten Schritt und im zweiten Schritt werden wir jeweils stichpunktartig einen Satz dazu schreiben. Wir haben den Prozesssponsor, Prozesssponsor mit drei S, Sponsor, dann den Geschäftsprozessmanagement Projektleiter. Ich kürze das jetzt hier ab, deshalb auch die Abkürzung hier entsprechend in den Überschriften GPM. Ja, und zuletzt haben wir den Prozessberater. Ja, dann jeweils Doppelpunkt und ja, stichpunktartig einmal, ja, welche Verantwortlichkeit bzw. was ist die Aufgabe, was ist der Gegenstand der jeweiligen Rolle, darum geht es ja hier. Also Prozesssponsor ist Mitglied der Leitung, das als Machtpromotor die Einführung des GPM unterstützt. Also Mitglied, Mitglied der Leitung, der Leitung, das als Machtpromotor, Machtpromotor. Wenn ihr nicht wisst, was macht Promotor ist oder allgemein, was ist ein Promotor und was es macht, dann auf jeden Fall nochmal das Lexikon aufschlagen. Wir haben unter anderem, ja, wir haben die Begriffe eigentlich geklärt im Einführungsnull der BWL und auch in dem Modul der Unternehmensführung. Schaut auf alle Fälle mal hinein. So, ich packe euch aber noch ein paar Defizitionen unten in die Videobeschreibung hinein. Die Einführung des GPM unterstützt, des GPM, also Geschäftsprozessmanagements, unterstützt. Huch, einmal kurz zurück, unterstützt. Das wäre die erste Rolle. Dann der Projektleiter, ja, ist verantwortlich für die Einführung des GPM. Verantwortlicher, beziehungsweise verantwortlich für die Einführung. Heißt ja auch Projektleiter für die Einführung des GPM. So, da haben wir noch den Berater. Ja, konzeptionelle und methodische Unterstützung in der Einführungsphase ist halt nur ein Berater. Dementsprechend konzeptionelle und methodische Unterstützung Unterstützung in der Einführungsphase. Ja, der Berater trifft keine Entscheidungen, sondern er gibt Empfehlungen ab. Ob ich mich als Projektleiter an diese Empfehlungen halte oder nicht, ja, die Entscheidung trifft eben dann der Projektleiter. Also der Berater hat dann auch wirklich nur die Beratungsfunktion. Hat aber, wenn der Prozessberater, wovon man ausgehen kann, eben einen höheren Wissensstand hat als der Projektleiter, kann der Berater natürlich den Projektleiter in seiner Entscheidung beeinflussen. Ob das jetzt negativ oder positiv ist, sei mir dahingestellt. Er könnte aber seine Position auch ausnutzen, dass er eben über mehr Wissen verfügt als der Projektleiter. Das nennt man auch asymmetrische Informationen. Das nennt man auch asymmetrische Informationen. So. Haben wir, glaube ich, Mikroökonomie kennengelernt. Äh, ja. Das waren jetzt hier die Rollen bei Einführung. Jetzt habe ich noch vier Rollen bei Durchführung. Erstmal wieder nennen. Also den Chief Process Officer. Zu Deutsch Prozess Manager. Prozess Manager. Ja, ich schreibe nochmal den englischen Begriff hin. Vielleicht ist er in der Literatur Gegenstand. Prozess Officer. So, ich würde mal die deutschen Begriffe aneignen. Wenn ihr an der deutschen Uni studiert, eignet euch erstmal die deutschen Begriffe an. Darunter kann man sich auch mehr vorstellen, als wenn ihr diese ganzen Fachbegriffe eben euch aneignet. Da merke ich auch, dass ich da Schwierigkeiten eben habe. Vor allem, weil ich ja kein Englisch bei mir im Studienverlauf drin habe. Dann Prozess Verantwortlicher. Prozess Verantwortlicher. Dann Prozess Controller. Ja, den Begriff Controlling sollte man vorwiegend auch sich schon mal angeschaut haben. Oder auch allgemein. Was bedeutet eigentlich Management? Management wird nämlich aus zwei Perspektiven betrachtet. Einmal aus institutioneller Perspektive und einmal aus funktioneller Perspektive. haben wir alles in den Einführungsmodulen Unternehmensführung BWL geklärt. Ja, Prozess Controller und Prozess Mitarbeiter. Ja, dann einmal Doppelpunkt um der Stichpunktartig hier, was dazu schreiben. Und zwar beim Prozess Manager. Ja, der ist verantwortlich für die Weiterentwicklung und die Integration des gesamten GPM-Systems. Wir sind ja jetzt hier bei Durchführung, nicht mehr bei Einführung. Dementsprechend verantwortlich für die Weiterentwicklung und Integration und Integration des gesamten des gesamten GPM-Systems. Das bekommen wir hier auch noch hin. Super. Dann dem Prozess Verantwortlichen. Ja, ist verantwortlich für die Zielerreichung und Optimierung eines Geschäfts- bzw. Teilprozesses. Verantwortlich für die Zielerreichung Zielerreichung und Optimierung eines Geschäfts- und Teilprozesses eines Geschäfts- bzw. Teilprozesses. Ich belasse es jetzt mal beim Geschäftsprozess. Denn das andere Paket passt hier, glaube ich, auch nicht mehr so weit hin. Ja, Prozess Controller. Verantwortlich für die Weiterentwicklung und Durchführung des Prozess-Controlings. Verantwortlich für die Weiterentwicklung deckt sich eigentlich mit dem des Prozess-Managers. Allerdings eben hier nicht für die Integration, sondern auch für die Durchführung des Prozess-Controlings. des Prozess-Controlings. Ja, und dann zu geletzt die Prozess-Mitarbeiter verantwortlich für die Aufgabendurchführung ausführende Arbeit. Wir schreiben auf verantwortlich für die Aufgabendurchführung. Und, ne, beziehungsweise in dem Prozess- und Arbeitsschritten. in den Prozess- und Arbeitsschritten. So, jetzt habe ich mit dem Mund phasenlich geredet. Wie gesagt, ihr habt natürlich die Möglichkeit, den Videoplayer zu springen, die Geschwindigkeit an eure Wünsche anzupassen. Ich gehe das Ganze gerne Stück für Stück durch, werde mir den Inhalten auch selbst nochmal bewusst. Ja, und dann haben wir das hier auch nochmal zusammengefasst festgehalten. Und ihr könnt ja auch mitschreiben während des Videos. Ja, es soll es gewesen sein. Ich denke, ganz gute Inhalte für Karteikarten. Kann man sie gut notieren und dann entsprechend lernen. Bis zum nächsten Mal und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.